Nach rund einem Dreivierteljahr ist er fertig. Der neue Plan für die Spielzeit 2015-2016. Im Raum der Theaterplastik in der Kammerbühne wurde er heute präsentiert. Theaterfreunde können sich auf ganze 16 Primären freuen und über 20 philharmonische und Sonderkonzerte. Was brauchen wir, was braucht der Mensch zum Leben, ist dabei das Thema, das sich durch die gesamte Spielzeit zieht. Den Anfang macht ein Mehrspartenprojekt zum Thema Francesco. Das ist ein Stück, ein symphonisches Bildertheater von Jo Fabian, welches Franz von Assisi zum Mittelpunkt hat. Ein ganz spannendes Theaterprojekt, wie sich sozusagen ein Aussteiger verhält. Einer der berühmtesten, der sich vornimmt, sich von den Vögeln zu ernähren und alles über Bord wirft, was sozusagen die eigentlichen bis dahin gehenden Werte sind. Und diese Befragung ist ja insofern auch ganz aktuell, da der neue Papst, der sich Francesco nennt, es wird keine Papstbiografie werden, sondern ein Stück zu diesen Werten. Aber auch musikalisch wird dem Publikum wieder eine Menge geboten. So wird Alexander Knappe auch in der nächsten Spielzeit wieder mit dabei sein, sowie verschiedene Filmmusiken und Polkaklänge. Nächstes Jahr machen wir ein Filmmusikkonzert mit Chor, das erste Mal, mit Werken von Hans Zimmer, ein bedeutungsvoller natürlich Filmmusikkomponist. Und selbstverständlich spielen wir ab und zu mal einen John-Williams-Hit dazu. Ich darf auch ein Sonderkonzert nächstes Jahr, worauf ich mich sehr freue, hier ist mit Polkebeats ein Festival, was es seit langem in Korpus gibt, wo wir dann auf der Bühne diversen Polken spielen für Orchester und mit Band, die auch Polke spielen. Und das Publikum soll, kann, muss dann dazu tanzen. Eine wichtige Neuerung gibt es da noch. Denn in Zukunft wird es um einiges leichter sein, im Besucherservice des Staatstheaters an Karten zu kommen. Ja, das war ja doch in die Kritik geraten, unser Besucherservice im Galeria Kaufhof, den ich sehr gut fand, weil da Parkmöglichkeiten waren. Aber wir werden den Besucherservice neben den Bühneneingang verlegen, das heißt wieder in unser Haus zurück. Und der Zuschauer kann dort Werktags zwischen 11 und 20 Uhr und am Samstag bis 15.30 Uhr dort Karten erwerben. Man kann sogar für eine halbe Stunde vor dem neuen Besucherservice am Großen Haus auch parken. Außerdem wird der neue Besucherservice barrierefrei sein und zudem über einen Behindertenparkplatz verfügen.